Hallo, mein Name ist Jasmin Fahini, ich bin SPD-Generalsekretärin und ich bin heute hier, um Thomas Spies bei seinem Wahlkampf zu unterstützen. Seinem Wahlkampf als neuer Oberbürgermeister dieser wunderschönen Stadt Marburg. Neu ist aber relativ, weil Thomas Spies ist ja schon ganz lange im Einsatz für diese Stadt, als Landtagsabgeordneter und vor allem er kommt aus dieser Stadt. Und deswegen kennt er diese Stadt, er weiß, was die Stadt braucht und er liebt diese Stadt. Deswegen kann ich nur sagen, geht ihm wählen, denn mit ihm hat Marburg eine gute Zukunft und mit ihm hat Marburg einen Oberbürgermeister, der das Herz am richtigen Fleck hat. Und das ist immer noch wichtig, auch in der Politik. Viel Spaß, 14. Juni, Thomas Spies wählen gehen.